Was ist eine kurze Geschichte vom Klimaaktiv, wo wir wirklich voll an der Basis dran sind? Und es läuft gut. Wir haben uns im letzten Herbst mit einigen Bürgern aus Graf Rath zusammengesetzt, die alle besorgt waren, vor allem nach diesem Sommer, der einen ja so hautnah betroffen hat mit dieser Trockenheit, mit diesem ewig blauen Himmel, mit diesem ausgetrockneten Amper und diese ganzen Dinge. Da sind mehr und mehr Leute auch an ihrem Ort so wach geworden und dann haben wir uns zusammengesetzt und in einem ganz spannenden Prozess klimaaktiv gegründet, auch diesen Namen gefunden und uns eine Art Ordnung auch gegeben und Arbeitskreise gegründet von Anfang an. Also ein Arbeitskreis Klimaverkehr, CO2, ein Arbeitskreis Plastikmüll, ein Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit, Mobilität und haben angefangen, kleine kreative Aktionen auf den Weg zu bringen. Und zwar unter dem Gesichtspunkt, dass es den Leuten Freude macht. Also die sollten durchaus auch ein bisschen was zum Schmunzeln haben und haben auch dann angefangen, mit der Gemeinde zusammenzuarbeiten und mit den Kirchengemeinden, mit beiden Kirchengemeinden, mit Schule, Kindergarten, mit dem Bürgerstadel, mit dem Edeka Supermarkt, mit dem kommenden Supermarkt. Wir werden jetzt auch schon Vorgespräche über Sortiment und über Einkaufsdialog mit dem Bioladen. Also wir haben im Graf Rath wirklich bisher alle so ein bisschen aufgegriffen, was es so gibt, wo Leute hingehen. Also wir haben versucht, die Menschen da anzusprechen und abzuholen, wo sie sich in ihrem normalen Alltag gerne bewegen und wo sie sich zugehörig fühlen. Und das heißt, da haben wir diese Aktionen so ein bisschen fast genau abgestimmt, haben auch viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Also wir sind seit vier Monaten, fünf Monaten, ein Gemeindeblatt jeden Monat entweder gleich auf der ersten Seite, aber mindestens auf der zweiten. Ein bisschen was. Man muss ja nicht ganz auch das Auto wegstellen, wenn es nicht irgendwie nicht geht oder wenn man das jetzt so nicht schaffen kann. Aber mal wenig fahren. Die Kinder mit dem Fahrrad in den Kindergarten bringen. Da machen die Kindergärten mit, die Schulen mit. Also das läuft gut. Und diese Erfahrung ist, es muss Freude machen. Und man muss die Leute da abholen und ansprechen, wo sie sich von Haus aus gerne bewegen. Auf Rath ist so ein Mikrokosmos, aber spricht, denke ich, einfach für vieles, was es an der Nords auch überall möglich ist, vom Konzept her. Ich bin also jede Woche ein paar Mal unterwegs und spannend immer wieder, dass diese einfache Bildung bei den Leuten nicht vorhanden ist. Ich habe das Beispiel mit einem Quadratmeter mit nachwachsenden Rohstoff, wo wir das Rapsöl hernehmen oder das Öl von Saudi-Arabien, das ist alles ländlich wurscht. Dann kann ich mit der Energie von einem Quadratmeter Raps einen Kilometer oder zwei fahren. Dann ist die Energie weg. Und wenn ich die gleiche Fläche mit einem PV-Modul bedecke oder nehme es vom Dach, das ist ganz egal, und fahre mit einem gleich großen Auto elektrisch. Wie weit kann ich dann fahren, das ist aber meine Frage. Dann gibt es ein paar, die sagen, ja so eine Platte, die bringt ja nichts, da fährt man noch weniger mit dem Öl. Dann gibt es noch, die sagen, ja 5 Kilometer, 10 Kilometer. Bei 10 sage ich dann oft, ja das sind vielleicht 1000 Prozent mehr. Ah ja, dann wird es schon ein bisschen weniger sein, bei 1000 Prozent ist es schon ein bisschen früher. Und dann sind noch 50, die sagen 100, dann sage ich, das Mindeste ist 1000 Kilometer. Wir haben ja übrigens bei uns in Korkaisering einen der ersten Energiearbeitskreise gehabt und hätten ja Wind- und Photovoltaik richtig voranbringen wollen. Und die Leute, die damals da richtig aktiv waren, die sind alle, ich sage es einmal so, verheizt worden. Das sind von den anderen Leuten, die da noch nicht am Drücker waren, die sind da denen, auf Deutsch gesagt, fertig gemacht worden. Und dann ist es wieder lang stillgeblieben und wenn ich das jetzt im Graf Rath sehe, da ist Euphorie da und die Zeit ist jetzt ganz, also ich meine ganz anders. Was kann man denn tun, um diese Power der jungen Leute, das ist ja enormes Potenzial, übrigens auch Wählerpotenzial, die wählen ja demnächst alle. Dass auf die Weise auch für die Politiker ein Druck entsteht, weil diese Leute stehen alle wirklich bei Fuß und wollen was tun. Wie kann man denn da Formate schaffen, vielleicht auch mal hier in einen demokratisch das mit einbinden. Wie kann man diese Power der Schüler nutzen? Also wie kann man denen auch ein Feld geben, wo sie aktiv werden können? Ich sage, die Schulen haben den Bildungsauftrag. Die Schüler unterscheiden lernen, was ist altes Denken, was ist Dinosaurierdenken, was die Probleme verursacht hat. Und was ist ein neues Denken, was ist ein vernetztes Denken und wie können die Schüler das in der Schule trainieren, damit sie, die ja eh schon bei Fuß stehen, damit dann aktiv werden. Mein grandchildren, der ja ah, ich werde es 사라 als Online, dort sind die Sachen, die ja eh schon bei Fuß zu haben. Ich kann das aber auch bei Fußstub in den Bildungsauftrag. Wie kann das ja auch bei Fußstub in den Bildungsauftrag. Ich werde das ja auch bei Fußstub in den Bildungsauftrag ist.